Was ist das hier? Warum hab ich auch das hier? Ähm... War das eigentlich das, was ich gesucht hab? Nee, das ist immer noch hier unten. Äh... Ach ja, bei solchen Sachen kann ich immer entscheiden, ob ich gut oder böse handel. Das war das letzte Mal, als ich den einen verschwiegen hab, dass ich seinen Bruder umgebracht hab. Und dann für ihn auch Leute umgebracht hab. Hehe. Das war lustig. Guten Tag. Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. Legs zurück. Ich ähre, Soldat. Kannst du Söldner Hilfe gebrauchen? Die Söldnerin mit dem Adler? Ich hielt dich für eine Legende. Ja, ich bin eine Legende. Das stimmt auch, Spartaner. Ich bin eine Legende. Ich habe Geschichten gehört, wie du mit den Spartanern in Megaris zusammengearbeitet und ihnen zum Sieg verholfen hast. Aber auch, dass du etwas mit dem Verschwinden des Wolfes zu tun hast. Glaub nicht alles, was du hörst. Jetzt, da der Wolf fort ist, breitet sich Furcht in unseren Reihen aus. Es gibt eine kleine Gruppe Verschwörer, die behaupten, Nikolaos wäre nicht tot, sondern desertiert. Sie sagen, niemand hätte seine Leiche je gesehen. Das ist Unsinn. Jeder weiß, dass er tot ist. Das mag sein. Aber das kümmert diese Männer nicht. Sie verlassen ihre Posten und ermutigen andere, ihnen zu folgen. Das muss aufhören. Soll ich all diese spartanischen Deserteure töten? Die Soldaten müssen sterben. Haben wir eine Abmachung? Hm. Ich regel das. Oh, ausgezeichnet. Ich komme hinterher wieder. Wo muss ich hin? Okay. Na, nicht das Feuer. 4 Meter in die Richtung? Okay. Spartana töten. Kriege ich alles hin. Aber was ist das für ein Ort? Hm, hm, hm. Das ist eine Festung oder eine kleine Festung? Was bist du? Hä? Ach, oder? No, nee. Wow. Hm. Oh, auch noch nicht. Na ja, wo ist denn die Spartaner? Oh oh. Hoppala. Hoppala. Oh, wie ist das? Alles gut. Oh. Oh, ich glaube, ich habe die Frau getötet. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das ist alles. Das ist alles. Was? 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 Deutscher Knopf. Oh. Ah, putcher Knopf. Oh. 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 Das tut mir leid. Wo ist meine Fackel? Oh. 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 Hm hm hm. Ja So weg damit Dann schauen wir um wie es weiter geht Das tut wieder an Gottes Namen Hm Da hält sich wohl jemand für ein Musiker Hm Kein Kettenangriff Oh 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 steht leider als Raubtier Antike Tarte finden, ok Antike Tafel gefunden, ok, gib mir die Mission ab Ich darfst du im Sperrgebiet nicht rufen, aber es kommt aus dem Sperrgebiet So, auf, gib mir die Mission ab, Hauptmission Hat der Glück gehabt, ne Wo läufst du hin Muss ja echt aufpassen Hast du sie getötet? Ich hab sie erledigt, jeden einzelnen Gut, nimm dies, du hast es dir verdient Ich helfe doch gern Sohn von den neuen Unterkünften gehört? Hm, was ist das? Diese Türe wie du und ich Den da hole ich mir, dann kann ich mir die zwei Sachen noch angucken Und dann dreh ich um und geh zur Hauptquest Wo ist denn jetzt mein Wo ist denn jetzt mein Ach, kann ich halt unten berufen Komm schon Ich muss die Aussichtspunkte einholen, um meine Adler zu verbessern Deswegen Muss ich das machen Da führt kein Weg dran vorbei Lalalalalalalala Oh, ein Siebchen Das war ein wunderschönes Leder Es war ein wunderschönes Leder Blutrausch Okay, vorbei Ich kann da sicher außen rumlaufen, ne? Ich muss da nicht in die Festung rein Also, wie bin ich denn hier? Der Tempel ist ja voll und da muss ich doch eh hin Oh, 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 ich muss hier weg, ich muss hier weg Los Los Oberpowert ein bisschen Komm schon Ja Ich will ja bloß Alter Schwede Was die immer für Sachen hier sammeln Nicht von schlechten Eltern hier Ah Juuu Oh Juuu 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 Ich gucke mal, ob ich da noch hinkomme. Dann geht es aber schon stark zur Hauptperson. Für Durchs Feuerring wäre jetzt perfekt gewesen. Haus des Pindar. Ich werde besser bewaffnet wiederkommen. Mhm. Ich wollte etwas markiert haben. Ähm, nach oben. Ja. Ich will. Ich reiß jetzt einfach mal so durch hier. Bleck die Sachen noch auf. Gibt ja mal Erfahrungspunkte, ne? Ich glaube, da führt sogar ein Bergpass hoch. Gut, dafür muss ich erstmal den Berg runter. Ich glaube, kein Pferd der Welt hätte das überlebt. Komm schon. Ich bin ganz cool. Ja, ich bin ganz cool. Ich bin ganz cool. Ich bin ganz cool. Und los geht's. Los geht's. Die zwei lass ich. Das geht mich nichts an. so habe ich den ort guten tag reiht sich die püste entlang sturm haupt missionen Warum will ich denn nicht kämpfen? Hm 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 WTF? Ähm Okay Uh oh Ah Ach vater Knopf Ah 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 нач Ah jeder größere ohne probleme also so stärker hoch ich glaube es ist unten deswegen darf jetzt mal außen rum waschen oh was ist denn das helle Hude überreste oh eine Höhle ich sollte echt bei Adrenalin besser aufladen bei Attentaten das sollte ich mal auch skillen hier oh 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 boll oh 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 Juhu! Juhu! Absinthe! Ja, geil! Absinthe! Ja, Mann! Hammer! Ich wollte eigentlich noch andere Holstein da rauf springen, aber... Zippts! Wow! Okay! Wo komme ich denn hier eigentlich wieder raus? Gar nicht! Schade! Versuchen wir das nochmal? Gut! Haben wir das auch? Achso! Achso! Ich wollte doch wissen, wo ich hin muss! Ähm... Schiffstock! Hol' ich mir zuerst an, dann ist das freigeschaltet und dann hol' ich mir das da! Hätte ich vielleicht unten lernen sollen, ne? Hehehehe! Kletter, kletter, kletter! Kletter, kletter! Wow! Cool! Du hast hier heiße Quellen hier! Das kann gesund und tödlich zugleich sein! Lalalalalala! Ja, ich muss kurz da runter, weil... Ich das aktivieren sollte! Ich kann eigentlich mein Schiff mal hierher rufen, ne? Seit ewigen Folgen gibt's dann vielleicht da haben wir eine Schiffsfolge hier! Ja! Wie auch immer die jetzt hierher findet, ich weiß es nicht! Pfeff! Ah, schön, was trinken ihr? Dü 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 dü, mże! Oh... Wo müssen wir? Nein. Hauptschnisch und das. Ich habe mich zu schnell gedreht, habe es echt nicht gesehen. Na komm, fährt an sie, fährt an sie gut. Ich gehe mir hier durchs Echt, durchläuft. Bin ich mal gespannt, was sich hier zu tun gibt. Thermopylen. Man sagt, man kann diese Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach, aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Meinen Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Zum Glück ist das eine Frau. Oh! Ich muss etwas schaden. Ich muss etwas schaden. Ich muss etwas schaden. Es ist wichtig. Ich muss etwas schaden. Ich muss etwas schaden, das mir kein Problem wäre. Ineke! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Halt! Oof! Gott! Ha! 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 Ah! Herodotus! Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Warum scheint man... Was geschah mit Leonidas nach der Schlacht? Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu Ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte. Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort, wo er hingehört. In Sparta. Du wusstest, dass das passieren würde. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation. Von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Hm. Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja. Vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. So, so. Kann ich jetzt hier noch kurz umgucken? Vielleicht gibt es hier noch was? Oh, oder auch nicht. Willkommen, Antwort der Adresse Thea! Ich muss mal kurz... Genau, wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich von mir. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Hierodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Speere, Feinde. Was gibt es denn hier? Meine Herren, das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult. Wissen wir, wer sie anführt? Juhu, ich wünsche. Ich wünsche jetzt mein Bruder sein. Den sollen sie verdrehen. Der Kult des Kosmos hat jetzt bereits neue Feinde. Und ihr könnt das Schiff wie Athena und scheiß Donner wie Zeus. Ihr werft den Kau der Götter über ihnen entgegen. Immer. Deshalb mag ich ihn so. Für die ersten müssen wir nach Anfang. Wir werden ein Schiff etwas aufrüsten. Was meinst du? Vielleicht liegt mehr in der besten Verfassung. Vor dem Ablegen sagst du? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkennen? Da wir das nötige Material haben, finden wir die Schiffsung. Was? 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 Kann ich hier niemanden durchsuchen? Da es gibt nichts zu tun. Miraka, das ist hinterlädig! Sie sind Feuerberein! Ich ford. Wohooo! Das war's. Das war's. Das war's. Ah! Das war's. Wohooo. Wohooo. Piss dich! Hehehehe Ähm Ähm Hallo? Das ist das Schiff, was ich bekämpfen wollte. Nalalala Nieder mit Sparta Und es ging grad schief. Ich dachte, ich wollte ein Schiff entfernen und nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich richtig kämpfe. Ähm, ein Schiff. Feuerpfeile irgendwie Kindesdorf. Oh, danke für die Unterstützung, Freunde, hier. Oh, mein Gott. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Kann ich euch nochmal verbessern? Nö. Was ist das da? Gesundheit der ganzen Mannschaft. Das gefällt mir gut. Ja, das passiert. Ich bin da voll reingekracht. Die nehmen mir auch keine Entschuldigung an hier. Und muss da noch. Was mache ich denn jetzt? Bogen schützen! Bereit! Alle meine Aufwarten! Bogen schützen! Gibt es da irgendwie... Pass mal auf, Schiff. Ach, das habe ich gar nicht gekauft. Deswegen habe ich keine Feuerpfeuille. Haha. Okay. Was ist das da? Ja, aber sie sehen es ja noch viel besser. Okay. Okay, dann muss ich hier noch ein bisschen... Mir wird das Geld. Ich halte es im Kopf nicht aus. Okay. Also, die mit... Das ist auch eins von mir. Das rote da eher, ne? Oder doch nicht? Nein, das ist doch ein Feind hier, ne? Das Treibgut könnte nützlich sein. Fünf Holz. Ja, Treibgut bringt's voll. Scheiße. Öffnet das Segel! Los! An eure Ruder! Okay, rote Sparte. Lala, also rote werden nicht mehr angegriffen. Man kann sich ja auch nicht entschuldigen, wie so so ein Fähnchenmisten war, war, war mein Fehler. Tut mir leid. Was? Sorry, aber Schätze und Beratung. Ja, die mit ihren Haien. Nur ein Schatz. Ja. Ist da noch ein Fähnchen, was? Oh. 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 Ja, Ort abgeschossen, versunkener Tempel, was ist das dann? Wenn der Ort schon hier abgeschossen, neuer Ort. Moment. Endlich ein Meißel. Meine Wünsche. Ohne Meißel geht's ja nicht. So, weiter. Bin mal gespannt, ob da jemand reinkommt. Es geht viel zu tun. Und so viel rum ist es. Kann ich hier mit Sandra reden? Schade. Ich glaube, da ist Reibgut. Da fahre ich mal ganz kurz entlang. Achtholz. Wow. Wow. La 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 la. Kann ich da hinbeamen? Irgendwie nicht. Okay. Hm. Irgendwie nicht. Okay. Hm. Das da sind Piraten, ne? Ich weiß nicht. Die- Es geht ein Kampf bevor! Bereithalten! Ich auch? Hallo? Sie sind unter Verschuld! Kapitän, Sie müssen ausreiten, wo der Kempf ist! Lass uns nicht ausreiten! Bereithalten! Wir entfern das Schiff! Der Kempf ist nicht ausreiten! Der Kempf ist nicht ausreiten! So, das Schiff ist wieder voll! Komm schon! Nehmt die Plätze der Toten ein! Macht schneller! Der Pfeil wird gleich auf uns schießen! Macht schneller! Sie schießen Feuer! Schau in der Luft! Ja, komm! Sie sind teuer bereit! Macht euch kollisionsbereit! Schreie! Treibt mit den Schweren an! Schütze! Wir stehen auf die Position! Wir müssen erneut schießen! Schießen, wenn ihr bereit seid! Spannst die Böden! Schreie! Bereit! Wir müssen erneut schießen! Ja, ja, ja. Dam, dam, dam! Das war gekonnt! Damm, dam, dam! Das war gekonnt! Hallo? Hallo? Das ist meiner! Den nehme ich mit! Was? Halt! Was hat er? Das stimmt ja immer noch! Kann ich nicht blöden da an! Wir brauchen Leute! Los! Wir brauchen die Schützen! Wir brauchen die Schützen! Wir brauchen die Schützen! Was!? Was!? Ich wollt... Ich wollt entern! doch wirst du was bitte auch Ich hab da schon vertreibt gut. Oder auch nicht. Ich komm nieder an. Ich müsste meinen Rambock verbessern. Das kostet mein Rambock. 1400. Kann ich die Reisegeschwindigkeit irgendwann mal verbessern? Der Schiffspanzer und Bus sollte angehört werden. Nur die Rude daran. Die Schilder sind auch nicht schlecht. Die Reisegeschwindigkeit geht leider nicht. Ah, ich hab's erfasst. Die Schilder sind auch. Mein Hals tut unbedingt weh. Ich hab mal erkältet. Ich hab keine Hustenbomben morgens nicht. Auf geht's zu dieser Insel. Du, Cassandra, ich wollte dich schon lange etwas fragen. Ich hab wieder nachgelebt. wenn.